Grüße gehen raus, lieber Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid auf RalfingerTV. Grüße gehen auch raus an die Leute auf YouTube, die leider nicht mit dabei sind. Guckt euch mal den Chat an, wie sie alle eskalieren. Grüße gehen raus an alle im Chat. Und Chaos-Mod-Zeit ist es wieder. Eine neue Folge. Der liebe Livestream-Chat hat gesagt, ey Ralf, startet doch mal auf der Macebank auf dem Tower. Ich habe keine Waffen und ich würde sagen, wir warten nicht lange und starten den Mod. Auf geht's, Chat. Ihr seid dabei. Was passiert, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich überlebe. Wie gesagt, wir stehen hier oben. Ich habe auch zwei Fallschirme dabei. Also ich könnte runterspringen, aber wir gucken mal, was der Chat sich so für mich ausdenkt. Oben die blaue Leiste am Bildschirmrand ist die Zeit, die verstreicht bis zum Effekt. Und alles andere liegt in eurer Hand. Ihr entscheidet, was mit mir passiert. Das Ziel ist natürlich vielleicht, mich umzubringen, vielleicht mich auch manchmal zu supporten, vielleicht mir manchmal Steine in den Weg zu legen oder irgendwas super Absurdes passieren zu lassen. Deswegen habe ich auch in der Aufnahme den Chat eingeblendet, damit ihr seht, wer verantwortlich ist für die Scheiße, die hier passiert. So, auf geht's. What? Alter, was? Ihr ist euch schon bewusst, dass ich mit dem Auge Probleme habe? Was ist, was zu, hallo? Okay, danke, was auch immer das ist, Chat. Das ist einfach nur hell. Ich mache mal mein linkes Auge zu. Das ist viel zu hell. Was ist das? Deep Fright. Okay. Ich stehe rum, es ist einfach nur hell, Leute. Ich sehe nichts mehr. Ich bewege mich nicht, sonst falle ich um Tower runter. Das will ich nicht. Geh weg, Effekt. Geh weg, du nervst. Du bist einfach nur hell und nervig. Ah, puh, danke. Okay, das war Useless Chat. Das war mal ein Fail, würde ich sagen. 1 zu 0 für mich. Der Effekt war auf jeden Fall, der ging... War ein Punkt für mich. Oh. Ich habe von euch ein Auto bekommen. Alter, ihr. Warum? Warum? Kriege ich auf dem Mace Bank Tower oben auf dem Heliporten-Auto von euch. Mann, ey. Ich darf im Kreis fahren. Oh, nicht runterfallen. Oh, 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 oh. Ich sehe schon, was ihr vorhabt. Jetzt kommt auch noch ein Heli. Heli, kannst du bitte hier mal herkommen? Ich würde gerne... Kannst du mich abholen? Helikopter? Sieh da drüben. Hallo? Das wäre ja natürlich jetzt geil, hätte ich hier gelandet, ey. Da wäre ich mal weggekommen. Ja, gut. Ähm, Chat. Ich weiß nicht, das ist so 50-50, ne? So ein bisschen getrollt, weil ich ein Auto habe. Gunsmoke? Okay. Der nächste Effekt, der von Arsch ist... Also, heute ist der Chat lahm. Also, normalerweise ist hier absolute Eskalation. Was ist denn Gunsmoke für ein Effekt? Ich meine, ich habe ja nicht mal eine Waffe, Leute. Gebt mir doch vorhin eine Waffe. Guck mal, ich habe hier Fäuste. Kann man auf mein Auto einprügeln. Das kann ich machen. Gut, wir fahren weiter im Kreis. Mom, Chat, ey. Chat, 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 ey. Unfähig. Unfähig. Qualitäts-Offensive. Denkt daran, wir wollen guten Kottel bringen. Nicht wie ich hier im Kreis auf dem Dach fahre. Die Scooter-Brothers. What the fuck? Alles klar, Leute. Ich habe kein... Nee. Mir reicht's. Mir reicht's. Das alles für den Arsch. Hier oben. Auf geht's, Leute. Huah! Raus. Fallschirm, Fallschirm! Fallschirm! Danke. So, wir landen jetzt mal hier unten in der Stadt. Ganz ehrlich, da oben auf dem Mace Park Tower, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. So, einmal hier auf die Straße runter. Neuer Effekt nach den Scooter-Brothers. Explode Current Vehicle. Oh, Gott, ey. Chat, ey. Das ist ja immer... Es wird immer besser. Ich bin hier gerade vom Mace Park Tower mit dem Fahrzeug runter. Also, das ist wohl... Also, das ist wohl der krasseste Fail aktuell, den ich bis jetzt erlebt habe. Unfähig, Chat, Alter. Unfähig. Ich war ein bisschen mit dem Motorrad. Es passiert ja nichts. Chat hat ja nichts im Griff heute. Folgenummer... Ah, okay. Shit. Auf geht's, Wheelie. Okay, wir haben schon mal drei Sterne. Ich wurde identifiziert. Give everyone a stun gun. Okay, danke sehr, freundlich. Und Sabine Stun Gun. Wow, Chat. Wow. Aber gut, ihr habt ja noch die Möglichkeit. Ihr habt ja noch die Möglichkeit, Dinge zu tun. Ich grüße dabei mal... Wow, hier wird mein Bike, was hier durch die Gegend. Ganz ehrlich, würde ich jetzt noch auf dem Mace Park Tower stehen. Das würde... Oh. Das ist uns... Oh. Habt ihr das gesehen hier? Hahaha. Hab Polizist. So nicht, mein Freund. So nicht. So, soweit sieht das mal, ist gut aus. Ich hab jetzt... Ich glaub, ich hab einen Stun Gun. Hab ich jetzt noch. Immerhin. Immerhin kann ich mich wehren. So. Oh. Holy. What? Toll. Nightwishen. Jetzt... Okay. Wo ist mein Bike? Alter, was habt ihr denn mit diesen ganzen Effekten die ganze Zeit hier? Nightwishen. Okay. Es ist auch schön, dass es Tag ist. Es ist einfach total hell. Ich seh halt wieder nichts mehr. Was ist denn mit den Effekten heute hier los? Aber hier, hier, dieses geräte Licht am Anfang, jetzt hier Nachtsicht. Okay, okay. Ihr könnt übrigens auch das Wetter bestimmen. Ich war entlässt... Chat, lest ihr überhaupt, was da steht? Lest ihr überhaupt, was ihr da tut? Und jetzt hebt ihr nur random Zahlen ein. Ja, bis jetzt hat mich nichts gefordert. Guck mal. Ich fahre, als hätte ich hier einen Tag frei in GTA. Passiert ja nichts. What? Okay. Alles klar. Warum? Okay. 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 Ich glaube, wir sollten... What the fuck? Leute, warum bin ich jetzt so... Okay, ich sollte... Zum Glück habe ich noch einen Fallschirm. Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm. Puh. Ey, ich wäre jetzt so draufgegangen. Okay, das war definitiv ein Versuch, mich zu töten. Die habe ich gerade einfach in die Luft katapultiert. Zum Glück habe ich noch einen Fallschirm gehabt, ey. Okay. Wir schauen mal, dass wir hier drüben irgendwo landen. Dieses Nightwisheneffekt ist ja auch gar nicht ätzend, ey. Komm. Und wir landen. Wo landen wir denn? Wir landen hier auf dem Haus. Oh, Stromlinie. Vorsicht. What the fuck? What? Okay. Ich glaube, ihr habt gerade das Ding über mir gespawnt, ey. Warum zur Hölle, ey? Oh, Schatzfeuer. Ich habe nur... Ah, ich habe nur einen Taser. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich habe nur einen Taser. Ich habe nur... No! Nicht gegen die Wand rein, Ralf. Komm. Ich will da rein. Nice. Abheben. Heb ab, du scheiß Ding. Let's go. Let's go. Ja, danke, Chat. Ja, finde ich gut. Immerhin. Habe ich jetzt noch einen Fallschirm? Ich weiß es nicht. Oh, Alter. Immer diese Ansichten, Dinger, ey. Heat Vision. Okay, also der Chat steht heute definitiv auf alles, was mit Optik zu tun hat. Ich schaue mal, ob ich jetzt wieder zum Maze-Bankhof fliegen kann. Aber macht schon Laune. Auch wenn ich euch ein bisschen veräppelt, Chat. Ja, ich... Alles gut. Liebe geht raus an euch. So. Oh. Irgendwas ist gerade passiert. Ah, okay. Glück gehabt. So, wir gehen noch ein bisschen hoch. So. Alles klar. Wir sind über der Maze-Bank. What? Alter, ich wollte gerade rausspringen. Okay. 1 zu 0. Okay, 1 zu 0 für den Chat. Definitiv. Ihr habt mich gekillt. Ich meine, hey. Was war es gerade? Explode-Wiegel. Ah ja, stimmt. Hattet ihr schon mal. Okay. Die Runde geht definitiv an Chat. GG. Gut. Dann sind wir hier wieder auf der Straße unterwegs. Mal gucken, was als nächstes kommt. Das war's. Ich werde so gerne da noch mit dem... Aus dem Blip rausgechumpt. 1 zu 1 sagt ihr. Okay, 1 zu 1. Okay, okay. Das ist rot. Ich warte an der Ampel. So, mal gucken, was passiert. Explode-Current-Wiegel. Das hat auch echt ein mieser Call, ey. Bouncy-Wie... Bouncy-Wiegel. Bouncy-Wiegel. Warum bouncen die nicht? Gehen sie mal raus hier, bitte. Normalerweise müssen nur die Fahrzeuge jetzt bouncen, oder nicht? Wow, okay. Okay, ich verstehe. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Action machen, damit ihr was passiert. Komm, ich will nochmal reinbouncen in ein Auto. Tante, geh weg. Du bist zu dick. Du kannst mich nicht verfolgen. Ei, warum bist du... Warum ist es nicht bouncy? Das soll jetzt alles bouncen hier. Komm, bounce. Also geht doch. Ich bin zu langsam dafür. Ich muss mit mehr Speed da reinbouncen. All Pets Attack Player. Ja, moin, Alter. What the fuck? What? Oh, no. Und jetzt greifen wir... Okay, alles klar. Ich verstehe, was hier Bouncy ist. Holy moly, Alter. Oh, lief. Ich brauche unbedingt ein Auto. Ich muss hier... What the fuck? No, no, no. Also Bouncy Vehicles ist definitiv viel geiler, als ich dachte. Okay, okay. Ganz schnell, ich brauche ein Auto. Bouncy Vehicles ist auf jeden Fall ein geiler Effekt. All Players Attack... Ah, 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 ah. Glück ab. Wow. Hört auf mich zu bouncen. Hört auf mich zu... Ja, ja. Okay. Ich muss hier ganz schnell weg. Und All Players Attack Me... What the fuck? Alter, was? So, warum? Warum? Oh Gott, er explodiert gleich. Ich muss hier weg. Warum spawnt hier ein Cargo Plane? Ihr verrückten, Alter. Ganz schnell weg hier. Und habe ich noch eine Stun Gun? Ah, cool. Ich habe noch eine Stun Gun. Immerhin. Weil die ganzen Pads greifen mich immer noch an hier. Nämlich kann ich mich zumindest gegen die wehren. Ah, ah, lass mich in Ruhe. Ich kann mich verteilen. Alle, ey. Das ist auch echt mies, wenn mich die ganzen Pads angreifen. Oh, ist Combo Time. Ah, Combo Time. Meta bedeutet, dass mehrere Sachen... Oh, Olive. What? Das ist jetzt passiert? Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn die... Hallo? Wo ist denn die Karte hin? Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich denn hier? Alter, Leute. Habt ihr die... Habt ihr die Map verschwinden lassen? Was ist denn jetzt passiert? Leute. Ihr habt GTA kaputt gemacht. Was ist das? Ah, okay. Wir kommen zurück, Map. Schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, der Vehicle Rain... hat ein bisschen getriggert. Und Todesstern im Chat. Nicht spammen, ja? Sonst fliegst du raus, ne? Okay, wir sind in the hood. Was bedeutet das? Forcefield. Was ist denn jetzt hier los? Ah! Ich habe um mich herum ein Forcefield. Wie geil ist das denn? Seht ihr das? Ich habe echt ein Forcefield. Guck mal. Da hat der von ihr Penner. Ja, gerade wie noch alle eingreifen. Ja, und jetzt schaut ihr blöd, ne? Kam, Taser, Forcefield. Ist ja voll geil. Da hast du Landgewinst. Oh shit, Mann. Kevlau. Mein Forcefield ist leider weg. Schade. Kevlau. Kevlau. Okay, Honk Boosting. Ich brauche ein Auto. Kevlau. Oh oh. Glitches? Also, wenn ich hupe, booste ich. Ja, moin, Alter. Jopp. Okay, ich hupe nicht mehr. Kevlau. Also, die Hupe Booster ist nice. Äh, Boost Hupe. Auf geht's. Hoffney zupen. What? Nope. Bin ich tot? Slow-Mo? Was jetzt? Alter, es ist mega Slow-Mo. Oh, ich bin... Ich glaube, ich habe Godmode an. Oder? Ne, ich habe kein Godmode an. Der Sound, Alter. Okay, warte mal. Ich muss mal was gucken. Weil manchmal glitches гähnen. ein bisschen. Max Amor, Max Herz. So, jetzt sollte ich auch sterben. Okay, wir sind jetzt in der Zeitung unterwegs. Ja. Okay. Okay, ich bin wieder mal unterwegs. Sehr gut. Honkboosting ist auch gleich schade. Ich wollte gerne mal mit dem Auto fahren. Wow, au, alter, what the fall? What the... Really? Okay. War der Tag, Chad. War der Tag, danke. Ja, schön hier. Oh, erstmal frische Luft schnappen. Draußen an die frische Luft, ne? Oh, angenehm hier oben. Chad, ihr seid so lieb zu mir. Habt ihr mich da hochgeportet? Sehr, Freund. Ich soll jetzt mit der Seilbahn runterfahren, oder was ist der Plan? Mal gucken. Vielleicht kommt da noch was, was mir hier oben auf dem Berg hilft. Wahrscheinlich spawns jetzt wieder ein Blipp direkt auf meinem Kopf. What the... What? Ist euer Ernst? Ein DVD-Screen. Really? Oh man ey, ihr Trolle. Okay. Na gut. Ich versuche mal hier mit dem DVD-Screen über diese Planke zu laufen. Okay. Oh. Mhm, 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 mhm. Äh, ja. Und? Na, jetzt sehe ich nichts mehr. Aber geiler Effekt auf jeden Fall. Wann kommt denn die Ecke? Wann kommt die Ecke? Ah, noch ein Stück laufen. Ah, jetzt darf ich nicht mehr laufen. Und wir laufen wieder. Ah, nice. Der DVD-Screen war aber cool. Ich habe immer noch vier Sterne, ja. Oh, oh, der Heli. Schön verstecken hier auf dem Dach. Oh, First Person. Ja, cool. Okay, gut. Das wäre natürlich jetzt... First Person geht klar so. Ich glaube, ich muss hier vom Berg runter, Leute. Oder? Hier oben... Ah, Quats. Äh, Quats, sag ich schon. Motorräder. Wo kam die denn hier? Nice. Let's go. Nice, we lost the suspect. Das ist genau, was ich hören wollte. Wow. Uhu. First Person auf dem Ding hier runter ist auf jeden Fall auch eine Action, sag ich euch. Wow, 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 wow. Okay, okay. Bis jetzt überlebe ich noch. Aber ich habe keinen Helm. Disabled forward... Ach, kommt schon. Alter, was? Jetzt kann ich... Ihr seid solche Affen, Alter. Ich kann nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr Gas geben. Ich kann gar nichts mehr. Jetzt stehe ich hier. Ich kann... Ah, ich kann doch links und rechts gehen. Toll. Und First Person. Ich kann nicht mehr vorwärts gehen. Was ist das denn für eine Scheiße? Chat! Ich will aufs Motorrad. Und ich will weiterfahren. Ah, ich darf wieder fahren. Puh. Okay. Was ist das denn gerade, ey? Das wäre krass gewesen, hätte es mir disabled, werde ich hier irgendwo einen Hang runtergefahren. Oh. Oh. Alter. Was ist denn jetzt los? Machen wir 360, komm. 360? 720? Was weiß ich nicht mehr, 1080? Alter, ich bin so, dass dann... Guck mal, ich bin so krass drauf, ey. Ey, ich will hier runter. Habe ich noch ein Fallschirm? Oh nein, ich fliege wieder nach oben, Leute. Ich fliege wieder nach oben. Die Landung wird ein Riesenspaß, ey. Ja, ich habe auf jeden Fall die krasse Drehung einfach gemacht. Ich muss hier auf jeden Fall runter. Ciao, Motorrad. Das hätte ich definitiv nicht überlebt. Okay. Give everyone a minigun. Oh, oh, oh. Okay. Aber wir müssen jetzt erst mit dem Berg runter. Ja. Wir haben auch keine Sterne mehr, was sehr geil ist. Ein bisschen Gas geben hier. Was auch richtig krass war, wo ihr den Wege-Rank gemacht habt. Wo einfach die ganze Web verschwunden ist. Ups, 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 ups. Uh. Ja, perfekte Landung, hätte ich gesagt. So, habe ich jetzt... Was ist jetzt passiert? Was ist das denn? Oh nein, wir haben jetzt GTA 2. Okay. Wir spielen jetzt also aus der Luft. Wie bei GTA 2. Sehr geil. Dann nehmen wir mal die Minigun. What? Was denn jetzt passiert? Was denn das? Hallo? Game? Warum sich denn jetzt ein Dreckigen Helikopter hier? Was ist das denn jetzt? Game? Freu mich nicht. No. Ah. Die Minigun. Low Render Distance. What the fuck, Leute? Wie schaut der GTA jetzt aus? Wow. Penner Gesicht, Alter. Okay. Ja, so stelle ich mir GTA auf, wo für Leute, die einen schlechten PC haben. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Der Heli muss runter. Gut. Ja, ich auf dem Laptop. So, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Karre. Wir haben fünf Sterne übrigens. Ich bin escaped. Wir haben jetzt Explosive Zombies. A cop is watching me. Diese Render Distance macht mich fertig, ey. Oh shit, holy shit. Okay, wir haben überall Zombies rumstehen. Okay, der Cop hat mich. Was denn mit diesen Zombies los hier? Okay, ich verstehe. Die Explosive aber wirklich. Vorsicht. Was macht er denn? Da hat ein Torhammer in der Hand. Habt ihr das gesehen? Diese Low Render Distance ist wirklich krass. What the fuck? Ihr habt mich jetzt in diese... Ihr habt mich... Ihr habt mich in das Fahrzeug, das ich von der Mace Bank runtergepackt habe. Gepackt. Oh, die Zombies. What? 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 Da hinten die Zombies. Seht ihr das? Seht ihr die Zombies da hinten? What the fuck? Bin ich... Jetzt steh auf! Geh richtig, Ralf. Warum liegt er am Boden? Boah, was ist denn da los mit den Zombies da vorne? Alter, das sind das viele. Holy shit waren das viele. Wie so eine Weintraube. No Hut? Gut, damit kommen wir zu Recht. Okay, wir haben gleich ein Problem, Leute. Was passiert hier noch um mich rum? Da ist auch die Feuerwehr schießen. Also lange überleben ich glaube ich nicht mehr. Ich hatte nicht mehr viel HP. Nach der Aktion gerade. Explosive Pads. Two-Time-Speed-Meter. Ah, okay. Ihr könnt jetzt schneller Calls... Wow, okay. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schneller Sachen machen. Machen Sachen, ne? Explosive Pads. Oh. Die explodieren jetzt wirklich. Ist ja abgefahren. Dead Eye. Was ist denn? Ah, ich dachte, One Shot, oder? Oh no. Ah. Ah, ah, ah. Ah, komm, Milligan, Milligan. Schieß. Oh no, das ist so Slow-Mo-Kacke. Oh no. Oh no, das wird mich töten. Weil die Minigun ewig braucht, bis sie schießt. Komm schon. Komm schon, Minigun. 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 What the fuck? Leute, vielen herzlichen Dank. Meine mega Folge. Ich bin draußen. Ciao. Wolltet ihr schon immer mal für einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Super geile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freu mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.